Der ist an Tokio und heute hier! Wir leben sozusagen in den 60er Jahren, also momentan befinden wir uns in dieser Protestwelle gegen den Vietnamkrieg. Ja, ein sehr ereignisreicher Abend für uns, wie gesagt, wir haben sowas noch nie erlebt. Slips haben noch nie geflogen, gekreischt wurde schon des Öfteren. Vielen Dank.